Die aktuellen Ferientipps werden euch präsentiert von der WBG Premnitz. Hier im Fitpoint Premnitz ist es bereits jetzt schon gut voll. Kein Wunder bei den Temperaturen. Das Team vom Naturbad Premnitz freut sich auf euren Besuch. Wer nicht nur langweilig seine Bahnen ziehen will, ist hier genau richtig. Neben zwei großen Becken erwartet euch eine riesige Wasserrutsche, Volleyballplätze und ein Niedrigseilgarten. Doch das Fitpoint hat noch mehr für euch zu bieten. Das Sommerferienprogramm ist wieder pickepacke voll. Wir bieten Kinderferienspiele an, Schwimmferienspiele, die beginnen nächste Woche. Wir bieten Schwimmlehrgänge an für Kinder, die das Schwimmen mal lernen wollen. Das sind so einzelne Bestandteile. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Optikpark? Der ist in den Sommerferien von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr für euch geöffnet. Im grünen Klassenzimmer könnt ihr euch bei der Zeichen- und Malwerkstatt, in der Leselaube oder bei den Paperballs ausprobieren. Vom 29. Juli bis zum 2. August wird es dann sportlich. Und mit etwas Glück trefft ihr sicherlich einen der beliebten Optikpark-Bieber. Oder wollt ihr einfach mal gemütlich abhängen? Gemeinsam mit anderen Jugendlichen einfach mal eine Runde kickern oder beim Billard die Kugeln einlochen? Dann seid ihr im Premnitzer Jugendclub genau richtig. Hier erwartet euch in den Ferien ein buntes Programm. Wir machen verschiedene Aktivitäten. Wir gehen in Fitpoint, wir fahren nach dem Filmpark Babelsberg, in Kiez, ins Spielzeugmuseum. Und die restlichen Ferienwochen ist eigentlich normales Jugendclub-Angebot. Ihr wollt's gemütlicher? Bitte sehr. Bei schönem Wetter könnt ihr auch ganz gepflegt einfach eine Runde Fußball mit euren Kumpels zocken. Dafür habt ihr täglich von 9 bis 21 Uhr Zeit. Also viel Spaß in euren Sommerferien in Premnitz. Langeweile dürfte bei den guten Tipps ja garantiert nicht aufkommen.